So, Kniff, Brotantrieb, Versuch Nummer 1. Ja, 40, 50 kmh werden es sein. Ja. Milwaukee Power. Also das ist leider nicht so einfach mit einer Hand zu filmen und mit der anderen zu steuern, also seht ihr mir nach. Ja, ist rein. Hier haben wir das ganze Wunderwerk der Technik. Oh, oh, wir driften ab. Gehgelenke. So, wir sind jetzt quasi so rum, da rum, bis dahinten hin, bis dahin und dann hier wieder zurück. Und das Ganze hat jetzt eine halbe Ladung gebraucht von dem alten 5Ah Akku. Im ersten Gang wohlgemerkt. Im zweiten Gang fährt es sich nicht so gut, da muss man echt gegenhalten. Ja. Yo.